Dumme Leute, die ihren Job absolut versagt haben. Wie willst du hier auf Toilette gehen? Diese Treppe ist nur für nüchterne Menschen gebaut. In diesem Buch ist einfach ein Video statt ein Bild angegeben. Da hat wieder jemand den Praktikanten ran gelassen. Und diese Hosen haben etwas große Löcher. Ist das die neue Mode? Okay, das scheint gewollt. Aber warum zwei Mausräder, hä? Und diese große Stufe ist anscheinend für Rollstuhlfahrer gedacht. Weiß ich nicht, ob die das so einfach machen. An den Stehtoiletten muss man ein bisschen drängeln. Das muss doch gephotoshoppt sein. Und hier hat da jemand eine Rechts-Links-Schwäche. Der Typ kann doch nicht ganz Englisch. Nie marry you will. Klingt nach Yoda. Und der Fahrradweg ist auch nicht so gut gemacht. Bei den Toiletten ist die Privatsphäre aber auch nicht so ganz gut gemacht. Und für diesen Sitzplatz will ich aber gar kein Geld bezahlen. Gottes Willen.